So, also als Infizierte, ja, okay. Hörst du dich ein bisschen erkältet an? Ja, aber das... Ja, ein bisschen. Ich war auf Klassenfahrt. Vielleicht fand ich so ein bisschen dauernd, aber sonst. Ey, der hat hier ruckzuck drei Gigabyte weg, oder was? Ja, vier Gigabyte jetzt schon. Ich einfach überhaupt so gar nichts verstehe gerade, ne? Ey, ich nehme ja auf hier mit so einem Programm, ne? Während wir spielen, so. Das, was ich auf dem Bildschirm habe, das nennt man Video Capturing. So Saraza-mäßig, weißt du? Sorry, falls du irgendwie gerade mit mir redest, ich höre irgendwie gerade nur so... ...überhaupt nichts, irgendwie. So? Irgendwie nur so, weißt du? Okay, wir sind da hier Infizierte, okay. Was können wir mit Infizierten anfangen? Ähm... Überlebende singen? Spawnpunkt, was da? Du bist ein Tank, ja? Du bist er, например. Ja, begin, ich ja! Ich, kein Ding! Geh, dich! Geh, dich, dich! Geh, 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 dich! Das ist ein Gerät, das ist ein Gerät. Ich weiß nicht, dass er auch ein Gerät ist. Die Brüder sind so stark, aber die anderen sind so stark. Weil sie nicht mehr so stark sind. Ja, die? Fuck, fuck! Du musst aber auch bestimmte Spawnpunkte finden jetzt hier, oder? Das ist überhaupt nicht so. Ich verstehe mal, leider. Ich verstehe mal. Warte. So, jetzt dürfte ich dich besser hören. Ist das schlimm, denn du bist ja noch mehr am Verrecken, ne? Hm? So, dann bist du ja noch mehr am Verrecken, wie sonst hier. Warte, ich mach jetzt ja auch noch ein bisschen leiser. Das stirbt ja als Infizierter total schnell hier. Ja, klar, aber das ist normal, man. Ah! Kannst du das an sein? Okay. Ich war gerade ein Spitter anscheinend. Hä? Ich war anscheinend gerade so ein Spitter gewesen. Ich verstehe echt wenig. Scheiße. Hm. Komisch. Aber da bekommt man richtig viele, ähm, Errungenschaften, wenn man das so als Infizierter spielt. Okay. Davon könnte ich noch welche gebrauchen. Ich werde die Hälfte der kompletten Errungenschaften, äh, sind eh im Versus-Spiel. Das heißt... Ja gut, das ist auch auf Multiplayer ausgelegt, ne? Was? Das heißt, das Spiel ist auch auf Multiplayer ausgelegt, ne? Ich verstehe. 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 Okay, ich bin einfach schlecht als Infizierter. Ah, jetzt bin ich so ein Blumer hier. Voll gut. So ein Kotzer, weißt du? Ja. Rumsweg bin ich. Am besten finde ich noch mal, wenn man ein Spitter ist, glaube ich. Ich verstehe dich so total schlecht, ne? Jetzt mache ich den Spielton aus. Was? Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich auch schlecht. Achso, okay. Na dann. Merkwürdig. Warte, ich mach halt. Warte. Optionen. Ich habe jetzt den Spielton einfach rausgemacht. Hm? Ich habe jetzt irgendwas mit Test verstanden, aber sowieso total. Ja, genau. Ja, sicher. Aber ich habe jetzt fast über die Hälfte verstanden. Also nicht bei der Lautstärke mehr, sondern... Ich gucke jetzt hier einfach mal bei mir im Steam. Was kann ich denn hier noch machen? Ähm... Sprache. Empfangslautstärke, aha. Ich lecke einfach gerade alles wieder so. Hörst du mich jetzt besser? Du? Hm? Hörst du mich jetzt besser? Ich habe jetzt einfach mal, äh, ja, lauter gestellt. Im Steam, weißt du? Aber ich bin gar kein Infizierter mehr. Ähm... Ich vermute mal, dass ich, äh, Steam jetzt gerade irgendwie zwickt, wa? Mit Left 4 Dead. Ein bisschen. Bist du jetzt auch wieder ein Mensch, oder? Bist du noch als Zombie da unterwegs? Ja, ne, ich bin ein Mensch. Bist du Zombie, oder was? Ne. Also hier diese... Ja, ne. Ne, Monster, meine ich. Ja, ne, das... Ja, genau. Ne, ne, ich bin ein Mensch. Du auch, ne? Ja. Irgendwie gerade eben. Ja. Ja, ja, das ist, ähm, weil... Warst du gerade nicht auch ein Mensch? Du hast doch gerade so als Mensch gestartet. Weil das ist irgendwie... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist jetzt ein... Mode, in dem man, äh, oh fuck, als Team halt gewinnt oder verliert und dann... Irgendwie... Ähm... Warte. Bist du eigentlich? Ach, da ist er. Ich bin direkt neben dir. Ja, aber okay. So. Ah, ich bin wie der Alice. Alice im Wunderland. Alles klar. Alice im Wunderland. Voll gut, ey. Voll gut, ey. Ich bin... Ich... Ich bin heute einfach richtig schlecht. Warum auch immer. Ich bin... Auf... Normalen... Fuck. Im Wurses. Egal wie. Ich bin einfach richtig... Richtig schlecht heute. Ich weiß jetzt nicht wieso. Ich weiß nicht, was mit mir los ist irgendwie. Manchmal ist das so und dann muss man irgendwie auch manchmal einfach nur wieder warm werden, weißt du. Ja. Und jetzt bist du wieder Mensch, ne? Ich bin Mensch, ne? Ich bin Mensch, ja. Ja, genau. Das sind sie jetzt, weil wir... Ich... Keine Ahnung, warum. Ich... Oh, die gehen auf die Wurstler. Ah! Hier ist irgendwie so ein Blumer. Und jetzt hänge ich irgendwie an so einem... Keine Ahnung, wie die heißen. Was wollen sie? Eingangshalle ändern? Die Kapitel, die... Ja, komm. Nee. Die Mär hat eh... Hat eh... Hat eh schon einen gesagt. Insofern ist eh egal. Nee, will ich auch nicht. Will ich auch nicht. Will ich auch nicht. Einfach so einer sagt Ja, der lässt alle Sünde einen. Ja, das ist auch schlecht irgendwie. Ja, ich hätte jetzt... Ah, Mann! Ich hätte jetzt ein bisschen Courage zeigen können und hätte auf Ja gedrückt. Aber es hätte eh nichts gebracht. Ja. Wie auch, ne? Boah, die machen wir schon wieder fertig hier. Du warst gerade, du warst... Ha! Du warst jetzt einfach... Okay. 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 Voll gut. Ich lieg da schon, bin schon voll fertig und dann steht da, ja, Davina geschützt. Alles klar. Läuft! Ja, ist halt wenn, ähm, so... Aha! Aha! Nein! Ja genau! Haha! Lustig! Boah! Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Mann? Dieser Server ist mal richtig krank. Was passiert hier? Ich werd hier grad original vom Jockey gekillt. Und keiner ist in der Nähe um mich zu befreien. Das ist voll geil. Und ich lieg hier einfach an der Scheiße der Splitterkotze auf dem Boden und... Gegnerisches Team, ihr Team. Ach, wie ist das doof hier? Ich kenn das alles anders. Ja, ich kenn das auch überhaupt nicht. Das ist, wie gesagt, das ist so ne... Aha! Ich weiß nicht, wie die Kaffee gehört. Ah, ich bin entweder! Ja, ähm, ein Infizierter. Ja. Ja. Ich find das einfach so geil, dass man einfach überall so hochklettern kann und so an Orte kommt, wo die Überlebenden nicht rankommen. Das find ich cool. Ach so, das auch noch, ja? Ja, klar, wenn du so hochkletterst überall. Dann kommst du ja in Orte, wo die Infizier... äh, die Überlebenden... Oh, ja, ich seh dich da unten, du bist ein Doki, ne? Ja. Ja, du... Irgendwie wechselt das immer mal, ne? Anscheinend. Äh, noch gar nichts gemacht, schon wieder eine Runde verloren. Äh, mein ich ja. Hä? So nen Blöden... Ich glaub, wir brauchen einen anderen Server, du. Das ist irgendwie doof. Ja, komm, lass einfach mal... Lass einfach mal rausgehen. Ja, wir düsen hier mal ab, wa? Das macht so keinen Fun. Nee, irgendwie nicht. Okay, warte, ich seh gleich den Namen. Ich bin einfach grad nur zu blöd. Warte. Machst du Lobby auf, ja? Gar nicht, oder so. Kann das nicht. Äh, ja, mach ich. Ganz normal jetzt, oder? Ja, so wie man's gewohnt war, würde ich sagen, oder? Dann wissen wir wenigstens woanders sind. Weil... Äh... Okay, also... Ich nenn das Ding auf YouTube dann neue Sachen mit Davina. Neue Sachen mit Davina. Okay. In Left 4 Dead 2 natürlich, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ähm, was willst du Infektionsfans von die Brücke? Was willst du, du? Ne Karte, weil... Such dir was aus. Ich müsste erst mal joinen können, das wär mal cool. Nein, du musst jetzt was aussuchen. Wie, was aus... Wieso aussuchen? Wir sind doch jetzt erst mal raus. Nein, ich meint in der neuen Lobby für die... Ach so. Ach so. Was du möchtest. Welches Level ist. Welche... Ach das ist eigentlich völlig egal, oder? Ja. Verrecken tue ich sowieso ab und zu mal. Machen wir jetzt einfach. Hm. So. 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 Sollen wir noch warten, bis jetzt noch andere kommen? Oder? Das dauert meist irgendwie immer extrem lange, ne? Kommt drauf an. Manchmal ist es richtig schnell, manchmal darf es einfach... Hm. Also richtig unterschiedlich. Also ich hab schon mal richtig lange gewartet. Und... Ja, jetzt warten wir auf jeden Fall gerade, ne? Äh, ja. Wir können auch starten. Das ist richtig. Ja, lass mal ruhig starten. Die kommen ruhig dann noch da schon dazu. Okay, okay. Ist ja... Meistens so, ne? Wenn du dann loslegst, dann kommen sie auf einmal dann doch. Mhm. Ja. Das ist auch natürlich. Aber unterschiedlich. Ja. Ich brauch irgendwie noch ne zusätzliche Festplatte zum Aufnehmen. Mhm. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es in der Zeit... Doch, das war... Das war doch sogar... Das war doch letztens irgendwann, als es so total rumgelegt hat und mir einen rausgeschmissen hat. Ja, irgendwie hat das mal ne Zeit lang gesponnen, ne? Ja. Ich hab bei mir aber festgestellt, dass das an diesen Mods lag. Ja. Ich hab die dann einfach mal runtergelöscht und auf einmal lief's wieder, ne? Ja, die hatten wir ja gar nicht drauf. Achso. Ja, aber ich konnte durch diese Mod-Maps, konnte ich dann noch nicht mal mehr auf einen normalen Server joinen. Das hat mich so genervt. Ja, das ist dann scheiße, ne? Weil man will ja auch normal spielen, ne? Wenn diese Mods dir das Spiel dann versauen, dann ist mir das irgendwie zu doof. So. Ähm, ja, wir sind immer noch alleine unterwegs hier. Aber na gut. Ja, irgendwie schon. Oh. Komm nach irgendwie.